Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Wiedererkennen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Erkennt wieder, erkannte wieder, hat wieder erkannt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich erkenne wieder. Du erkennst wieder, er erkennt wieder, wir erkennen wieder, ihr erkennt wieder, sie erkennen wieder. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich erkannte wieder, du erkanntest wieder, er erkannte wieder, wir erkannten wieder, ihr erkanntet wieder. Sie erkannten wieder. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe wiedererkannt. Du hast wiedererkannt. Er hat wiedererkannt. Wir haben wiedererkannt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich erkenne wieder. Du erkennest wieder. Er erkenne wieder. Wir erkennen wieder. Ihr erkennet wieder. Sie erkennen wieder. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich erkenne wieder. Du erkenntest wieder. Er erkenne wieder. Wir erkennten wieder. Ihr erkenntet wieder. Sie erkennten wieder. Den Schluss macht der Imperativ. Erkenne wieder du. Erkennen wieder wir. Erkenn wieder ihr. Erkennen wieder sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb wiedererkennen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.